Das Sahara Force India F1 Team ist ein mit indischer Lizenz fahrender Formel-1-Rennstall mit Sitz im englischen Silverstone. Es ist das erste indische Team der Formel-1-Geschichte. Force India entstand durch die Übernahme des Spiker-Teams durch den indischen Industriellen Vijay Milya im Jahr 2007. Spiker war seinerseits 2006 aus dem russischen Midland-Team hervorgegangen. Das im Jahr zuvor die Nachfolge des Traditions-Teams Jordan Grand Prix angetreten hatte. Im Oktober 2011 übernahm das indische Unternehmen Sahara India Pariva 42,5% der Anteile am Rennstall, das seitdem ergänzend im Meldenamen geführt wird. Seit 2009 tritt Force India mit Kundenmotoren von Mercedes an. Geschichte Anfang 2005 hatte der russische Geschäftsmann Alexander Schneider die Anteilsmehrheit an dem 1991 gegründeten Team Jordan Grand Prix für angeblich 60 Millionen Dollar von Eddie Jordan übernommen. In der Saison 2006 wurde der Rennstall in Midland F1 Racing umbenannt. Das Team fuhr in diesem Jahr mit russischer Lizenz. Anlässlich des großen Preises von Italien in Monza am 10. September 2006 übernahm ein Konsortium rund um den niederländischen Fahrzeugherstellers bei KAKAS NV und den Unternehmer Michael Mohl den Rennstall. Der Kaufpreis wurde mit 106 Millionen Dollar angegeben. Das Team behielt für den Rest der Saison 2006 die russische Lizenz bei und trat bei den letzten drei Rennen des Jahres unter der Bezeichnung SPIKER MF1 Racing an. Zu Beginn der Saison 2007 erfolgte die Umbenennung in SPIKER F1. Das Team startete in diesem Jahr unter niederländischer Rennlizenz. SPIKER geriet 2007 in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Am 14. August 2007 gab das SPIKER-Team eine offizielle Pressemitteilung heraus, in der bekannt gegeben wurde, dass Teamdirektor Michael Mohl das Team verlassen habe und sprach erstmals von einem möglichen Verkauf des Teams. Ein Konsortium rund um Mohl und den indischen Geschäftsmann Fijay Malya, dem die United Breveries Group und die Fluggesellschaft Kingfisher Airlines gehören, gab daraufhin ein Kaufangebot ab. Das vom SPIKER-Vorstand akzeptiert wurde. Am 5. Oktober 2007 wurde der Eigentümerwechsel vollzogen, das Team beendete die Saison jedoch unter dem Namen SPIKER. Am Rande des Rennens in Brasilien wurde der neue Name des Teams für 2008, Forest India, bekannt gegeben. Forest India ist der erste Formel-1-Rennstall, der mit indischer Rennlizenz antritt. 2008 die erste Saison als Forest India begann das Team mit bekanntem Material. Das Einsatzauto war der Forest India VJM01. Er entsprach technisch weitgehend dem letztjährigen SPIKER, hatte aber eine partiell neue Karosserie, zu der auch eine stark verlängerte Motorabdeckung gehörte. Als Antriebsquelle diente wie im Vorjahr ein Achtzylinder-Motor von Ferrari. Teamchef blieb Colin Collis, der diese Rolle schon bei Midland und bei SPIKER ausgefüllt hatte. Adrian Sutil, der noch aus der SPIKER-Zeit einen Vertrag für die Saison 2008 hatte, wurde als Stammfahrer übernommen. Für die Besetzung des zweiten Cockpits veranstaltete Forest India ein sogenanntes Shootout mit insgesamt sieben Piloten. An dem sich Roldan Rodriguez, Aschkido van der Garde, Frank Montagny, Christian Klin, Giancarlo Fisichella, Vitan Tonio Liozzi und Ralf Schumacher beteiligten. Schumacher erklärte jedoch nach dem Test, dass er lediglich seinem Freund Vijay Malia einen Gefallen getan und den Forest India lediglich getestet. Jedoch nicht am Shootout teilgenommen hätte, da Forest India für ihn keine Option sei. Zweiter Stammfahrer wurde letztlich Fisichella, Liozzi wurde Testfahrer. In der Saison 2008 betrug das Budget des Teams etwa 120 Millionen Dollar, 50.120 Millionen Dollar mehr als bei Cosetta im Vorjahr. Die Budgeterhöhung wirkte sich allerdings nicht zugunsten des Teams aus. 2008 unterbot Forest India die schwachen Leistungen des Vorgängerteams noch einmal deutlich. Zu Saisonbeginn hatte Forest India erklärt, das vorrangige Ziel des Jahres sei es, das mit Honda in Verbindung stehende Konkurrenzteam Super Aguri zu schlagen. Diese Zielvorgabe wurde Obolet, nachdem Aguri Suzuki's Team vor dem fünften Saisonrennen den Betrieb hatte einstellen müssen. An die übrigen Teams kam Forest India 2008 nicht heran. Während in einer der ausgeglichensten Formel 1 Saisos seit langem jedes andere Team mindestens einen Podiumsplatz und alle Fahrer dieser Teams Punkte einfahren konnten, blieb Forest India gänzlich ohne Weltmeisterschaftspunkte. Das beste Ergebnis war der zehnte Rang Fisichellers beim großen Preis von Spanien. Einziger Lichtblick war Sutil in Monaco, der im chaotischen Rennen kurz vor Schluss auf Rang 4 lag. Letztlich aber nach einer Kollision mit Kimi Rieköen vorzeitig ausschied. 2009 für die Saison 2009 wurden Sutil und Fisichella als Stammfahrer bestätigt und Liuzzi erneut als Testfahrer eingesetzt. Für diese Saison ergaben sich einige Änderungen im Team. Der Mitbesitzer Vijay Milya übernahm den Posten des Teamchefs von Colleen Collis. Auch Mike Gascoigne wurde als technischer Direktor abgelöst. Gleichzeitig wurde der Vertrag über die Lieferung von Motoren mit Ferrari aufgelöst. Am 10. November 2008 gab das Team die Kooperation mit McLaren und der Daimler AG bekannt. Getriebe, Hydraulik, Kehrs und weitere Bereiche werden vom Formel 1 Team McLaren Motoren von Mercedes-Benz HPE geliefert. Am 29. August beim großen Preis von Belgien erzielte Fisichella überraschend die erste Pole Position für das Team. Fisichella erreichte im Rennen den zweiten Platz, was den bislang größten Erfolg für das Team bedeutete. Einige Tage später wurde Fisichellas Vertrag auf dessen Wunsch hin mit sofortiger Wirkung aufgelöst, damit dieser zu Ferrari wechseln konnte, um den verletzten Stammfahrer Felipe Massa zu ersetzen. Für Fisichella fuhr Liuzzi den Rest der Saison an der Seite von Sutil. Beim großen Preis von Italien gelang es Adrian Sutil zum ersten Mal, eine Startposition in der ersten Reihe zu erreichen, erging von Startplatz 2 in das Rennen. Er konnte mit Startplatz 7 ebenfalls überraschen. Im Rennen jedoch schied Liuzzi wegen Getriebeschadens vorzeitig aus dem Rennen aus, während Sutil den vierten Platz erreichte. Außerdem fuhr er die schnellste Runde des Rennens. Im weiteren Saisonverlauf ließen die Leistungen wieder nach und es konnten keine weiteren WM-Punkte erzielt werden. Für die Saison 2010 hielt Force India an den beiden Stammpiloten Sutil und Liuzzi fest. Für die letzten Rennen wurde die Entwicklungsarbeit eingestellt. Das Team konzentrierte sich stattdessen auf die Arbeit am Auto für die kommende Saison. Gleichwohl hatte Force India bis zum Saisonende eine realistische Chance auf den sechsten Platz der Konstrukteursmeisterschaft. Erst im letzten Rennen des Jahres musste sich das Team dem Williams-Team geschlagen geben, das in der Gesamtwertung einen Meisterschaftspunkt mehr erzielte. Force India schloss die Saison als siebter der Konstrukteursmeisterschaft ab und erzielte damit das bis dahin beste Ergebnis der Teamgeschichte. 2011 für die Saison 2011 war zunächst Liuzzi der einzige Pilot, der einen Vertrag mit dem Team hatte. Force India löste den Vertrag allerdings vor der Saison auf und verpflichtete stattdessen Paul Dires da. Der 2010 bereits an einigen Freitagstrainings teilgenommen und in der Saison 2010 für das Mercedes-Team HWA den Meistertitel der DTM gewonnen hatte. Einige Beobachter sahen in der Verpflichtung die Restas einen Zusammenhang mit der Verlängerung des Motorenvertrags mit Mercedes. Liuzzi erhielt eine Entschädigung, die er zum großen Teil dazu verwendete. Sich für 2011 bei dem in Schwierigkeiten befindlichen Team Hispania Racing einzukaufen. Der Vertrag mit Sutil wurde hingegen verlängert. Nico Hülkenberg ergänzte das Team als Testfahrer, er nahm vereinzelt an Freitagstrainings teil. Die ersten Rennen der Saison verliefen erfolgreich. Sutil und die Rester kamen regelmäßig in den Punkteringen ins Ziel. Force India beendete die Saison als Sechster der Konstrukteurswertung und erreichte damit das beste Ergebnis in der Geschichte des Teams. Dabei ließ Force India etablierte Rennstelle wie Sauber und Williams hinter sich. Der Rückstand auf das Fünft platzierte Team Renault betrug nur vier Punkte. Adrian Sutil verließ zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2012 Force India. Hülkenberg und die Rester bildeten die neue Fahrerpaarung, Testfahrer wurde Jules Bianchi. Force India erzielte mit 109 Punkte den siebten Platz in der Konstrukteurswertung. In letzten Saisonrennen, dem großen Preis von Brasilien, führte Hülkenberg 30 Runden lang das Rennen an. Auch die Rester führte den großen Preis von Bahrain zwischenzeitlich an. Es waren für beide Fahrer die ersten Führungsrunden in der Formel 1. Bei den ersten Testfahrten waren nur die Rester als Fahrer für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2013 aktiv. Erst Ende Februar gab das Team die Rückkehr von Sutil bekannt. Nachdem beide Fahrer im ersten Rennen in Australien in die Top 10 fuhren, nahm Force India die Fahrzeuge im zweiten Rennens in Malaysia aufgrund von Problemen mit den Radmuttern aus Sicherheitsgründen aus dem Rennen. In Bahrain führte die Rester das Rennen zwischenzeitlich an und lag lange Zeit auf einem der ersten drei Plätze. Er kam auf dem vierten Platz ins Ziel. 2014 nach einem Jahr bei Sauber kehrte Nico Hülkenberg für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2014 wieder zu Force India zurück. Sein Teamkollege wurde der bei McLaren entlassene Sergio Perez. Perez gelang mit dem dritten Platz beim großen Preis von Bahrain der zweite Podestplatz des Teams. Mit 155 Punkten verteidigte das Team den sechsten Platz in der Konstrukteurs-WM. Nachdem die Teams Katerheim und Marasche während der laufenden Saison Insolvenz anmelden mussten, gab es auch Berichte über Zahlungsschwierigkeiten bei Force India. Ausstehende Zahlungen bei Motorenlieferern Mercedes, die erst Ende Oktober 2014 beglichen wurden, sorgten dafür, dass Hülkenberg und Perez ihre fünfte Antriebseinheit erst beim großen Preis der USA zur Verfügung hatten. In den Medien wurde spekuliert, dass man gemeinsam mit Lotus und Sauber das Rennen in den USA boykottieren könnte, um auf die schlechte finanzielle Lage der kleinen Teams aufmerksam zu machen. 2015 das Fahrraduo für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2015 blieb unverändert. Das Team litt in den Wintermonaten vor Saisonbeginn unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten, durch die sich Entwicklung des 2015er Autos verzögerte. Force India erklärte zunächst, die ersten Testfahrten vor der Saison mit dem Vorjahreswagen zu bestreiten, um weitere Entwicklungsarbeit am neuen Fahrzeug vornehmen zu können. Am 28. Januar 2015 sagte das Team die Teilnahme an den Testfahrten komplett ab. Offiziell lautete die Begründung, dass man bei Testfahrten mit dem Vorjahreswagen nur begrenzt Erkenntnisse sammeln könne. Medien berichteten jedoch, dass das Team unbeglichene Rechnungen bei Zulieferern habe und zahlungsunfähig sei. Auch mit der Zahlung der Mietgebühren für den Windkanal von Toyota sei Force India im Rückstand. Bei der zweiten Testwoche vor der Saison in Barcelona nahm das Team mit dem Vorjahreswagen teil. Später wurde bekannt, dass die Teilnahme nur deshalb erfolgen konnte, weil Mercedes das Team finanziell unterstützte. Im Gegenzug durfte Mercedes-Testfahrer Pascal Werlein an zwei der vier Testtage den Force India pilotieren. Die dritte Testwoche bestritt das Team mit dem neuen VJM08. Erst in der dritten Testwoche in Barcelona, die 14 Tage vor dem Saisonauftakt stattfand, erschien der neue Force India VJM08. Der VJM08 war in technischer Hinsicht eine Weiterentwicklung des Vorjahresmodells. Verantwortlicher Konstrukteur war Andrew Green. Vor allem die Hinterradaufhängung des Fahrzeugs und die hydromechanische Federung wurden neu entwickelt. Das Getriebe und die Hydraulik bezog das Team von McLaren. Für die Aerodynamik nutzte Force India den Windkanal von Toyota Motorsport in Köln. Force India bestritt die Saison 2015 mit einem Budget von weniger als 100 Millionen Euro. Es betrug weniger als die Hälfte des Budgets von Williams und setzte sich im Wesentlichen aus den sogenannten TV-Geldern zusammen. Sponsoren trugen dagegen nur einen kleinen Teil zum Budget bei. Beim Auftaktrennen in Australien kamen beide Piloten mit dem kaum getesteten VJM08 in den Punkterängen ins Ziel. Hülkenberg wurde siebter, Peres zehntter. Bei den folgenden Rennen zeigten sich am Auto wiederholt aerodynamische Defizite, die sich auf die Leistungsfähigkeit des Autos auswirkten. Sie wurden erst mit der B-Version des VJM08 behoben, die beim großen Preis von Großbritannien erschien. Äußerlich unterschied sie sich vom Vorgängermodell durch doppelte Belüftungsöffnungen in der Fahrzeugnase. Mit der B-Version verbesserten sich die sportlichen Ergebnisse. Forrest India kam seitdem bei nahezu jedem Rennen mit mindestens einem Auto in den Punkterängen ins Ziel. In der zweiten Saisonhälfte fuhr das Team 97 Weltmeisterschaftspunkte ein. Das beste Ergebnis des Teams war Peres dritter Platz beim großen Preis von Russland. In der Saison erzielte Forrest India insgesamt weniger Punkte als im Vorjahr. Belegte aber ungeachtet dessen mit Platz 5 das beste Ergebnis in der Geschichte des Teams. In der Saison Saison 2016 setzt Forrest India die technische Zusammenarbeit mit Mercedes fort. Vor dem Saisonbeginn gab es Gespräche mit dem britischen Sportwagenhersteller Aston Martin über eine geschäftliche Kooperation. Dazu gehörte die Überlegung, dass Aston Martin als Namenssponsor auftreten sollte. Ende Dezember 2015 entschied sich Aston Martin allerdings gegen ein Formel 1 Engagement. Das Team tritt mit unveränderter Fahrerpaarung an. Einsatzfahrzeug ist der Forrest India VJM 09. Das Auftaktrennen in Australien auf Platz 7 bzw. 13. Zahlen und Daten. Stand. Stand. Großer Preis von Spanien. 2016 aktuelle Fahrer sind gelb dargestellt. Ergebnisse in der Formel 1 Übersicht des aktuellen Personals. Verwinden ver Skelle. Von applied такого Normals. Herbert永ões Räume. Verwinden ver photos toys dir. Verwinden komm Plat productive.